und damit sage ich hallo und herzlich willkommen hier bei melo tv wir spielen battlefield 4 mit dabei ist der jonas hallo und ja wir sind noch am überlegen ob wir außenrum fahren und alle punkte erobern oder ob ich nur bei serum dümpel heute ich gehe aber mal in dieses rip boot auf jeden fall und fahr dann schon mal außenrum also ich war auf jeden fall jetzt erstmals zu dem du kannst ja ziel so lange erobern er schießen lauter Leute auf mich so einer ist weg warum hab ich jetzt eigentlich schon wieder ach du schatz und raus aufgott aufgott ja jetzt lohnt es sich wir sind nämlich bei d aber ich glaube ganz im ernst Prozent wenn dieses match auch wieder verlieren naja mal schauen bist du das Wort wieder aufgott es muss so schnell ändern was ist es immer weil ich es fortliegt also ich die einfach aus dem Skotraus und die dann auch andere und ich mach mal ein 50er muss sein auch wenn wir verlieren das Leben ich habe 31 50er doch so viele wenn auch nicht der Gäste man die Reise machen dann ist man mehr bewerblich mal mit Muni Faktik ja ab total paralysiert ich kann ich gehe unten rum krabbel mich da so ein bisschen durch ist die lichter der rutsche kaputt Hockgott das LRW LRW das LRW es wird nicht sehen eine Menge Mg4 brauchst du nicht nachladen nicht nachladen du bist tot warte nein ich komme nicht an deine Leiche ran also der Typ hier der schießt ja auch ganz heiß ne LRW ist ja da immer noch ja ich habe keine Abwehrwaffen ich bin Medic hallo wenn du Glück hast fährt er nochmal durch den Kanal dann könntest du das C4 eigentlich da reinwerfen jetzt brennt aber sauber aber da ist noch was da oben er ist ausgestiegen ein D wird erobert nehmt selber auch mal ein LRW war zu A Sniper bei E wahrscheinlich der der aus dem Schützenpanzer ausgestiegen ich wollte nicht schon wieder LRW sagen deswegen habe ich Schützenpanzer gesagt oh nein bin ich festgefahren ich denke ich Alter ich häng so an dem Berg dran und kann nicht weiterfahren naja ich bin bei E jetzt noch noch mal kurz jetzt bin ich ja schon wieder Squad Leader was ist denn das hier so ah jetzt bin ich war es jetzt denn hier drüben ist deine erste Hilfe hier drüben ist deine erste Hilfe du bist immer noch bei E ja ich bin aber gleich tot und jetzt ja unter mir war dieser scheiß Scharfschutz aus dem LRW aber ich finde das nervtöten dass ich als Sani keine Panzerabwehrwaffe haben kann es ist so richtig ah krrr weil dann wäre der Sani sonst voll overpowered ja aber immer muss ich tausendmal wechseln naja so ich bin als Infanterist rumgelaufen und wurde von der AT-Mine gekillt ja so geil weil neben mir ein Fahrzeug gefahren ist und drüber gefahren ist über die Mine so geil ich bin mir in die Luft gegangen find ich cool haha ja ist doch einer schießt den nochmal ganz viele eh eh overpowered boah die Diegel geht voll ab die Diegel geht voll ab ich meine das was wir hier gerade tun ist eigentlich voll mies aber egal die Diegel geht mir auf den Sack also das was ich gerade tat was denn ich hab gerade hier diesen Ding da abgekippt achso den Ding da ab abgedingt hab ich den achso so Fahrzeug ausgeschaltet und Fahrzeug destroyed irgendwas schießt mich ab ich darf einfach mal weg fahr mal hoch auf das Dach auch wenn es eigentlich gar nix bringt aber das hab ich dabei ja ach man wie kann denn der jetzt hier von rechts kommen äh scheiß Stubenhocker ja eieieiei die hocken da in den Bergen drin bei der Base der Sniper das finde ich nett okay mit den ganzen Campern und Zeug ich mag campen nicht ich meine der Sniper kann man auch einfach mitlaufen und dann mit Bewegungsmeldern so ich komme jetzt mal mit ich komme jetzt mal mit LRV wo bist du? bei C ich laufe mal zur B rüber ok ich folge ich habe ein feindliches Fahrzeug gerichtet boah ich hab den Typen in den Buggy angeschossen ich bin jetzt zur AG fahren jo ich folge ich bin mit ist irgendwo noch einer wenn ich ganz mit einen nehme der liegt da der liegt da im Messert wer hat's erwischt? bei B läuft ein Sniper rum Ich bin aber gleich kaputt, ne? Dann steige ich aus. Da ist ein Buggy. Da ist einer dringend gespawnt. Oh, ich werde von allen Seiten hier beschossen. Ja, das war's. Oh mein Gott. Jetzt werde ich auf Facebook angetickert. Ja, also wir kommen da nicht rüber. Also, wir können durchfahren, wenn du willst. Ich bin hinter dir mit neben dem zweiten Buggy. Okay, dann fahren wir durch. Wir müssen halt aufpassen, ne? Wir fahren hier rechts lang. Weil Min. What the fuck? Ich steck fest. Oder? Nein, ich steck nicht fest, oder? Doch, ich steck fest. Nein. Ich komm runter. Ja. Nein, ich steck fest. Kannst du dich auch nicht entscheiden, oder? Nein, ich kann mich nicht entscheiden. Das ist fast so schlimm, wie eine Frau zu sein. Das sollte jetzt nicht frauenfeindlich klingen. Ich fahr durch. Ich fahr durch. Ich fahr durch. So, jetzt aber. Jetzt von den Buggy streut er echt extrem. Distanzig. Alter, es ist doch nicht normal, ey. Nee. Ja, komm, ich kämpfe da und gucke mit dem Fernglas und ich gebe dir auch noch Munition. Ah, elendig solche Leute. Ich bin ein Fellow Adam. Dann kann man auch Hummer ausführen. So, jetzt. Ah, muss ich Dir. Wir halten eine Schauspieler. We van sich auf die medit theen. Die Schauspieler zu. Eine Antifizierung. Okay. Diese Strecke. Die Schauspieler zu machen. Oh, das ist ja. Oh! Und wir werden es in der Schauspieler zu retten. oh Gott der Typ kurz bevor ich mein C4 C4 kaputt gemacht habe ausgestiegen in der Sleipen an ach brauchst du auf der Map gar nicht versuchen ich komme überhaupt nicht klar mit diesen Scheißdingern man darf halt rumlaufen und dann geht das schon ich hab grad ziemlich viel die Küste mitgemacht ja aber das ist einfach kein Scharfschütze sein finde ich ein Scharfschütze der läuft nicht die ganze Zeit wie so ein Irrer rum ja dann halt Aufklärer kann man aufklären oh Gott bei A in dem Haus drin verboten da weg Ari ich bin der Reborn äh ne Ronny äh Ronnen Ronnen er ist Ronnen so ey guck mal da sind zwei LRVs ich bin dafür dass wir die fahren da war gerade irgendwo einer wo ist da bei mir ach du bist da unten ich seh dich ich seh dich boah leckt das gerade bei mir auch mich extrem ah oh Gott guck mal einfach in den Fluss rein ja und wir werden vom nächsten Fahrzeug gekillt ein Boat Bist du tot? ne noch ne ewig alter der braucht mich nicht mal anvisieren und kriegt mich kann reparieren oder ne kann ich nicht kann ich nicht reparieren ich bin Versorger und sowieso mir nicht es wird immer schlimmer mit den Legs das ist einer das ist gar nicht du Nö, ich bin tot gewesen. Ah! CC laufen ist keine gute Idee. Warum? Über Sniper und alles mögliche. Da ist ein feindlicher Pantherjäger. Du bist einfach durch. Gegner. WTF! WTF! Warum hat die RPG den jetzt nicht kaputt gemacht? Ah! Assist counts as kill. Next Versuch. Diesmal fahr ich links lang. Ich hab nen Chat. Aidenbomb dabei. Mit B abwerfen. Vielleicht kill ich ja mal damit ein. Mann, die Scheiß. Anti-Air. Bist du in dem Heli? Ne. Brennen. Loll, hier steht ein Jet auf der Straße. Hä? Und? Mann, was ist denn das heute? Jetzt pisst mich doch mal. Dann hab ich hochgezogen. Sollten wir ja einfach nicht machen. Sollten wir ja einfach nicht machen. geht das sogar irgendwo. Ja, da. Gott. Alter, ich war ums Eck schon. Ach, komm. Ich war doch schon direkt dran gestanden. Wann fangt sie viel zu werfen und dann wurde ich gekillt. Das ist gerade wieder eine Kotzrunde, ne? Sagst du irgendwie sehr oft. Ja, ich, weil mich sowas einfach nur so ärgert, weißt du? Man muss mal betrachten, wir sind zwei Spieler, okay? Also, ne? Zwei von wie vielen sind hier gerade drauf? Und du denkst dir einfach manchmal nur, was tun die anderen da? Drum liegen und Snipern. Ich komm hier gar nicht rein. Aaaaah. Auf dem Dach sind noch einige bei 10. Na, keine Ahnung, wo ich hier... What the fuck? Wo? So, wenn ich das wüsste. Wenn ich sterbe, wundere ich nicht, dann benutzen die oben C4. Sehr geil, sehr geil. Stand schon hinter das Eck. Oben ist ein Scharfschützer. Was? Das Boot. Und ich glaube ganz ehrlich, das ist ein Aimboard-Scharfschützer. Alter, das gibt es doch nicht! Ich bin im Heli. Wo bist du denn? Über B. Irgendwann schießt mich schon wieder ab. Ja klar, jetzt brennt mein Heli. Da ist die AK5C wieder dabei. Runter kommt der Nächste hoch. Einsatzziel Delta wurde erobert. Wenn jetzt die Vierer vorliegen. Ich verzichte auf den Eck. Ey, schon wieder weiß ums Eck. Einer ist durch. Ja. Wie geil war das denn, ey. Ich fahr wieder durch. Ganz im Ernst, ich kämpfe lieber bei C einfach nur rum, anstatt mir hier den Scheiß mit den ganzen Snipern und so anzutun. Ich sage, wir nehmen den B noch schnell ein. Ah, guck mal da vorne. Ah, ich treffe da wieder nirg. Heter. Hinter dir. Er hat mich mit der S-Raw rausgeschissen. Rausgeschissen. Ach, wir schossen noch nicht. so schnell rein da ist einer meine Güte, da ist noch einer oh nein, die haben tot hä, wieso habe ich den nicht getroffen überlebe bloß, das ist ja gerade ein Schlachtfest ich habe noch sieben live ich komme schnell so I'm here, I'm here aber nicht als Medic das müssen sie sich arbeiten so, ich habe Auto ich habe meinen Bewegungsmelder aufgestellt, aber es schaut so aus, als wäre da gar keiner ich habe Auto ok, wir fahren durch ich habe Auto, Junge ich habe Auto voll konkret der hat mich rausgeschossen, der Typ rechts auf dem Hügel sind zwei oh scheiße, wir stecken runter rechts auf dem Hügel rechts auf dem Hügel ok da laufen noch welche bei Verum ja, ja, die nehmen wir jetzt mit hoff ich mal boah im Laufen gehappert da kommt jetzt einer rüber oh, bin stark angefragt oh Gott wer da immer noch abgeschossen hat und ich weiß nicht wo oh oh, ganze Zeit für euch legt man sich viel auf die Straße, ne Gott ja hätte ich nicht machen sollen neben dem Schützenpanzer steht noch einer neben dem Schützenpanzer steht noch einer da oben da oben habe ihn angeschossen ah, von links es ist oh, es ist wirklich aber heute schlimm mit dem mit dem Leggen, ne ja ich habe auch nur die ganze Zeit 30 20, 20 Frames wie, wieso treffe ich den kein einziges Mal so schlecht schieße ich doch gar nicht, oder doch? ja, mal eine bessere KT wie du als du wie du, als du ja, heute ist auch nicht mein Tag ganz im Ernst das muss ich ganz, das muss ich wirklich ganz öffentlich so sagen let's go ah, scheiß auf den Deinen da ja, fahr einfach in den C rein Gott, mit dem Leggen ist das ja nicht leicht hehehe es ist so typisch, ne eft'n Kugel fallen B wird schon wieder eingenommen B wird schon wieder eingenommen da kommt ein Buggy und von A ein LAV ich alle schießen auf mich auch ich mag den Server nicht das liegt auf Server wo werden war Polo bis 6 aber mit drei Schuss auf die Karte ist ganz den Typen mit normalen Sniper gewähren in bei C das kann doch heute einfach nicht wahr sein seit wann ist denn ein ballistisch 440-fach gescoped das ist schon immer so ich glaube in der Reihe ist es anders man ach das Hunter ist 20-fach ja du kannst offen auch wir haben auch wir haben wir haben die beste Position ich bleib bei C ich hab's eingenommen und dann wurde ich gekillt wir haben uns gegenseitig gekillt so leckt mich am Arsch Leute ich bleib bei C ich nehm die drei meinst du die sind auf dem Dach könnte sein ich lass dich mal hier unten so lange ich guck erstmal selbst nach neben mir stehen Leute also hier rum ist eigentlich alles in Ordnung aber da kommen Leute jetzt zu C ne da kommt einer hoch oder ja die Tür zu gehen wir ich werde wieder beliebt geil ach das gibt's doch nicht oh krass nein mach was das da tue wir sind in der Halle helft dir die Tür ist schon wieder zu ich werde immer voll panisch wenn die Tür zu gehen ich werde immer voll panisch wenn die Tür zu gehen bei A steht ein Schützenpanzer bei A steht ein Schützenpanzer die Tür ist schon wieder zu ich bin nur im Aufzug das ist dir ganz sicher und nein pass auf es ist ein Heli ich springe runter ich bin tot meine KT muss positiv bleiben Alter das gibt's doch nicht du bist gestorben ja guck mal der liest da hinten auf dem Stein in der Base ich habe keinen oh da nein jetzt ist meine KT negativ scheiße nein so eine blöde Runde ja das kannst du laut sagen so eine blöde Runde ach Mensch was soll ich dazu sagen eine blöde Runde ach ja wir sind ja schon wieder am Ende der Folge ja ja willst du da irgendwas dazu sagen ich meine 9 9 50 16 da hinten das ist naja egal auf jeden Fall ich hoffe es hat euch dennoch gefallen heute zuzuschauen und schaut das nächste Mal wieder hinein wenn Jonas und ich Battlefield 4 spielen und uns zum Affen machen okay du hast dich nicht zum Affen gemacht du hast eine gute KT gehabt bis dahin ja nicht zu ganz bis dahin haut rein ciao ciao